Hallo liebe Leute! Willkommen zum heutigen Vlog. Ich hatte heute meinen ersten Vorbereitungskurstag in der Uni und dann habe ich den noch getroffen. Ja, mich, wie immer. Genau, wir haben uns dann noch getroffen. Allerdings hatte ich jetzt gedacht, okay, nee, du filmst mal nicht in der Uni. Ich möchte nicht unbedingt preisgeben, in welcher Uni ich bin. Von daher dachte ich mir, nee, filmst du da mal erstmal nicht. Vielleicht, wenn ich da irgendwann mal in einem Raum bin, den man nicht erkennt, keine Ahnung, was weiß ich, wenn ich da auch mal ein paar Leute kennengelernt habe. Also heute habe ich zwei Leute so ein bisschen genauer kennengelernt. Und ja, das sind ja noch nicht alles meine Kommilitoren, meine Matchstunden, sondern halt nur erstmal die Leute, die den gleichen Vorbereitungskurs machen. Weil den Vorbereitungskurs, da kann ja jeder aus jedem Studiengang hin, ist ja auch vollkommen freiwillig. Und ich war heute bei einem davon. War cool, muss ich sagen. Erstmal so als kleines Fazit. War schön. Vor allem laberst du, zeigst mich. Unterbrich mich nicht die ganze Zeit. War schön und angenehm und war cool. Auf jeden Fall. Und ich werde euch da die Woche ein bisschen auf dem Laufenden halten. Es wird jetzt diese und die nächsten beiden Wochen die ganze Zeit unter der Woche so laufen, dass ich bei diesen Kosen bin. Ab Donnerstag wird es auch noch mal ein bisschen komplizierter, weil ich da in zwei verschiedene Städte direkt hintereinander muss. Und dann, ja, gucken wir mal wieder. Oh, sie war dein Tag. Gut. Gut. Mittelmäßig. Jetzt haben wir uns gerade getroffen. Ich habe noch einen Döner gegessen, er nicht. Ja, ich nicht. Ich habe Hunger gekriegt. Deswegen war ich bitter. Und, ja, jetzt laufen wir so allmählich in Richtung zurück in unser Leben. Mann, bist du blöd. Du auch. Und damit würde ich sagen, vielleicht nehme ich zu Hause nochmal einen kleinen Clip auf, aber ansonsten war es das erst mal. Ja, genau. Gut. Hast du ja gedacht, nimmst du auf. Ja, und da sind Pferde und halt das Ding wieder. Deine Mutter ist ein Pferd. Okay, ciao.